das baustellenmagazin ja ich bin wieder in stuttgart unterwegs aber bevor ich jetzt hier mit der 4k kamera weitermachen erstmal was anders noch und zwar hier wackelbilder endlich ade diesmal gibt es keine wackelbilder weil ich habe jetzt hier eine schiene und dank einen abonnenten er hat mir den link geschickt und dann habe ich diese natürlich auch gleich gekauft ja und dann habe ich jetzt auch mal eine andere einstellung vorgenommen also ich sage euch 2560 x 1440 30 fps also ihr könnt mir ja meine beschreibung reinschreiben was das heißt weil ich habe davon keine ahnung ich sage ich ehrlich wie es ist ja windschutz ist natürlich auch drauf ja und das war es jetzt eigentlich mit dem was ich jetzt hier noch zeigen wollte am anfang geschwind und dann würde sagen geht es jetzt los mit hier mit dem handy ein kurzes update und dann geht es weiter mit der 4k kamera also ich wünsche euch dann viel spaß mit meinen videos und ich hoffe ich kann euch jetzt alle zufrieden stellen und sage bis gleich